Musik Einen Kilometer südlich des Zentrums von Bad Mitterndorf im Ortsteil Neuhofen entstand auf einem zwei Hektar großen Grundstück des Bildhauers Ferdinand Böhme ein großartiger Skulpturenpark. Im Park zwischen Sträuchern und Bäumen platzierte Skulpturen vermitteln eine mystische Atmosphäre abseits vom Alltagsstress. Ferdinand Böhme war die Einbettung seiner Figuren in kleine Lichtungen und in den Halbschatten wichtig. Musik Inzwischen befindet sich das halbe Lebenswerk von Ferdinand Böhme in diesem Park. Die Exponate sind unverkäuflich. Musik Ferdinand Böhme stellt seine Exponate für den Skulpturenpark unentgeltlich zur Verfügung. Musik Seine Skulpturen in diesem Park sind jederzeit frei zugänglich. Eine nette Abwechslung zur Bereicherung eines Ausflugs in die herrliche Natur des Hinterbergtals. Musik ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020